Mein Erlaubnis-Schein? Dann ist mein Sohn in Sicherheit. Der Schöpfer sei gepriesen. Dass mich ein solches Schicksal befallen könnte, im Traum wäre mir das nicht eingefallen. Allein ein unglücklicher Zufall brachte mich in diese Lage. Ich hörte lediglich ein Gespräch mit Anne. Ich ging gerade meinen Pflichten nach, als ich nebenbei einen herzüglichen Berater und einen Edelmann miteinander sprechen hörte. Aber ich kannte sie nicht und schenkte ihrem eifrigen Getuscheler kaum Beachtung. Doch plötzlich bestellte mich ohne Vorwarnung ein Wachmann zu sich. Er beschuldigte mich, die Beine bespitzelt zu haben und liess mich unverzüglich in den Kerker werfen. Seither rief ich mir das Ganze mehrfach ins Gedächtnis zurück. Ich könnte wohl Teile des Gesprächs wiedergeben, wenn man mich drängte. Doch das ist jetzt ohne jeden Belang. Ich möchte nur mein Leben retten oder doch wenigstens meinen Sohn vor Schaden bewahren. Die Zeit ist knapp. Schon bald wird die Wache zurückkehren und mit der Befragung beginnen. Wahrscheinlich werden sie mich der Folter unterziehen, was meine Überlebensaussichten erbärmlich gering scheinen lässt. Ich beschwöre euch, Erweckter. Führt mich weg von diesem schrecklichen Ort. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Rettet mich her. Ich flehe euch an. Echt jetzt? Die Maus? Erweckter. Entschuldigung. Erweckter. Erweckter. Was ist das? Entschuldigung, Herr? Nein, du kämpfst! Habe ich sie jetzt verkackt? Ich hab's verkackt! 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 Ich hoffe, das ist nicht allzu weit! Willst du mich verarschen?! Willst du mich fucking verarschen?! Deshalb hasse ich die Speicherfunktion in Dragons Dogma 1. In 2 ist sie noch beschissen, aber weniger beschissen als hier. Weil genau so etwas... Wo ist der fucking letzte Kontrollpunkt? Am Anfang, wenn du das Spiel startest... Boah! Boah! Overt Artem! Yes! A- Apparently! P-Pardon Sir? Einschuldigung! Overt Artem! Wo sieht er die fucking Maus? Die Verkaufsbergebergebergebergebergen sind nicht so gut wie die Beste, was? Entschuldigung, Herr. Entschuldigung! Wo bitte? Entschuldigung, Herr. Ein Wissen! Wegen der fucking Maus hier. Ich kann die auch nicht aufmachen. Ich kann die auch nicht aufmachen. Ich kann die auch nicht aufmachen. Und du kannst sie auch hier nicht kombinieren, ne? Ich kann die auch nicht aufmachen. Da fehlen einem wirklich die Worte dafür. Da fehlen einem wirklich die Worte. Ich kann das nicht aufmachen. 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 Ich kann es nicht aufmachen. Ich werde die Worte besser aus dem Arretern. Arretern? Sie sind gekommen! Das ist Eben der Scheiss Wenn man so eine verschissene Speicheroption hat Ja natürlich Jetzt ist man ge... Ja Ja Natürlich Oh Wie ich das für Fick nochmal hasse Das hasse ich in Dragon's Dog 1 Ja ja Und jetzt bin ich wieder draussen Genau Es ist so ein Katzen Du kannst dich nicht freikämpfen Du kannst Oh Es ist so ein Katzen Und da ist natürlich kein Schlüssel Es ist zum Kotzen mit dem Spiel und dem Speichern Verzeiht für meinen Gewaltausbruch Aber ich mag das So überhaupt nicht Weil das ist genau Das wo Ich muss Und nicht, aber, you know... Wie soll man das zum Teufel nochmals machen? Du sollst ihn rausbringen! Wie? Du hast... hier den Idioten... Dann hättest du den... Gut, hier sieht's noch wie eine Geheimtür aus... Beschwichtigungstrank, was ist denn das? ... ... Und dann werden hier die beiden Okay, kombinieren zum Schlüssel, mit Schlüsseln hier hin Speichern Wie ich das für Fick nochmal lasse Das ist wirklich etwas, das ist genau wie mit dem Greifen Das sind einfach so, nicht mal in Ansatzweise wirklich vernünftige Entscheidungen, die sie getroffen haben Wann, wo speichert Kontrollpunkt in Letzten Den hätte ich gemacht, so, ja, wenn du angefangen hättest zu sprechen mit dem Oder wenn du es betrittst Haben wir irgendwelche Fusseisen Unsägliches Fleisch Und ich hab von dem nichts Ich hab keine Fusseisen Doch Ich hab keine Fusseisen Jetzt müsste ich 22 irgendwo haben Aber wo Da ja mal nicht Und ich muss ja auch bei Entnehmen jetzt Nicht bei Kombinieren Das ist ja auch noch so ein Unding Was sind die verdammten Schlüssel Was ist das? Was ist das? Ihr merkt jetzt wahrscheinlich wirklich so kilometerweise gegen den Wind, wie sehr es mich gerade aufregt. Weil ich das so unfassbar bescheuert finde. Nun denn, wir machen das Beste daraus. Aber wie? Aber wenn wir hier durchgehen... Ja, das könnte gehen. ... 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 Und wie soll man das fucking dann nochmal schaffen? Wie? Wie soll man das schaffen? Wenn nicht! nicht, indem du deine Gefahr auf den Verabschiedeten wirst. Und ich bekomme nicht nur den Niedler. Verdammt, du wunderschön! Freue dich wieder und ich werde dich unterbrechen, wo du standest. Begebe mir, Entschuldigung, Herr. Viii! Ja, jetzt bin ich wieder draussen. Gottverdammt nochmal! Und wenn ich jetzt reingehe, dann... Ich hasse sowas! Ja, wie soll ich nicht... Wie soll ich verdammt nochmal uns nicht... ...geschnappt werden? Oh, wie... Wie mich das einfach aufregt, wenn einfach... Ah so, und dann kommen gerade alle so... Ja, dann hast du schon versagt und... Es gibt den... Ich... 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 Errettungselexie. Das ist ja alles eher für mich. Das ist ja alles eher für mich. Ein Stand, der seinen Benutzeraugenblick nach Grenzhorn oder einem Zielkristall beführen kann, beliebig oft verwendbar. Das ist ja alles eher für mich. Das ist ja alles eher für mich. Das ist ja alles eher für mich. Das ist ja alles eher für mich.